CSU-Chef Markus Söder hat sich auch zu diesen Bildern geäußert. Und er ist auch auf Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht losgegangen. Hören wir mal rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Die Bilder sind furchtbar und erschütternd, die wir aus der Ukraine gesehen haben. Das ist ein echter Zivilbruch. Und das bestätigt die schlimmsten Befürchtungen, die viele seit Wochen haben. Die Bilder erinnern an Srebrenica. Und dann Kriegsverbrechen, die eindeutig sind. Diese Kriegsverbrechen müssen geahndet werden. Deswegen ist es notwendig, alle notwendigen rechtlichen Schritte zu unternehmen, um in Den Haag dieses Kriegsverbrechungsverfahren einzuleiten. Es kann nicht sein, dass an bürokratischen Hürden diese wichtige, lebenswichtige Hilfe scheitern kann. Entweder durch die Bundeswehr oder auch die Möglichkeiten, die die deutsche Industrie an der Stelle liefern kann, muss so schnell wie möglich durch den Bund erlaubt werden. Es braucht noch in dieser Woche eine Liste, einen Vorschlag und auch eine Lieferung. Erkennbarerweise ist das zuständige Bundesverteidigungsministerium und auch die Ministerin selber komplett überfordert und führt auch dazu, dass der Ruf, den Deutschland in der NATO genießt, deutlich geschwächt wird, obwohl die Bundesregierung versucht, ja mit viel Geld beim Thema Bundeswehr wieder in die Vorderhand zu kommen. Das ist eine Blamage, wie Deutschland hier in dem Thema präsentiert wird und kann auch nicht so weitergehen. Markus Söder spricht von einer Blamage. Bildpolitik-Chef Jan Schäfer ist zu uns ins Studio gekommen. Was sagst du dazu? Ist das zu Recht? Ist Söder so hart mit Christine Lammrecht oder ist das völlig zu Recht? Also man hat den Eindruck, dass die Bundesverteidigungsministerin eigentlich von Anfang an diesen Krieg, diese Krise, wenn man das mal so salopp sagen darf, überhaupt nicht im Griff hatte. Von keinem Zeitpunkt an. Man hat eigentlich den Eindruck, sie ist immer noch in dieser Einarbeitungsphase, immer noch in dem Modus, ich bin frisch Ministerin geworden und muss noch lernen. Das ist auf der einen Seite auch eigentlich ganz normal, denn wir wissen ja, dass diese, hier ist mir was aus dem Ohr geflogen, diese Krise, dieser Krieg wirklich extrem schnell über die Bundesregierung gekommen ist. Das ist richtig. Auf der anderen Seite hat man nicht den Eindruck, dass Frau Lammrecht jetzt im richtigen Kriegsmodus ist. Das sehen wir bei der ganzen Frage Waffenlieferung beispielsweise. Das ist eine Peinlichkeit an die nächste, die sich dort reiht und bei der wir immer wieder feststellen, alles Mögliche bleibt auf ihrem Schreibtisch liegen. Aber wird nicht entschieden. Es wird geprüft, es wird nachgecheckt, man muss da immer ganz vorsichtig sein, heißt es. Aber nun ist doch gerade die Zeit für Hands-on, dass jetzt was getan werden muss. Ist sie tatsächlich falsch besetzt? Wir wissen immer wieder und hören immer wieder, dass, wie ich gerade schon sagte, auch Wünsche, nicht nur von der Ukraine direkt, sondern auch von anderen Ländern, die über die Ukraine kommen, an die Bundesregierung immer wieder auf ihrem Schreibtisch liegen, bleiben. Dort wird also nicht richtig schnell gehandelt. Die Frage ist, steckt da möglicherweise auch Olaf Scholz dahinter? Bremst also auch das Kanzleramt? Aber natürlich muss man jetzt sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist Frau Lambrecht mit dem Posten, den sie macht, erkennbar überfordert. Und deswegen ist das, was Markus Söder jetzt gesagt hat, sicherlich eine berechtigte Forderung, die die Opposition stellt. Wir hören schon des Längeren, dass auch in der SPD darüber gemutmaßt wird, welchen Posten könnte man denn Frau Lambrecht möglicherweise anbieten? Sie fremdelt erkennbar mit der Bundeswehr. Aber jetzt geht es erstmal um die Frage natürlich für Olaf Scholz, was könnte er ihr stattdessen bieten? Das ist gar nicht so einfach. Aber wie geht es jetzt weiter? Also ich meine, sie verspricht ja immer mehr Waffen zu liefern. Kommt das jetzt auch schneller in Gang? Also die Bundesregierung geliefert auch Waffen, über die sie gar nicht offiziell spricht. Was immer nur bekannt wird, ist vor allem, dass immer wieder Nachfragen nach Waffen auch liegen bleiben. Wir haben es ja auch bei den Strähler-Raketen gesehen. Am Anfang hieß es, ja, es kann gar nichts geben. Dann gab es 500 Strähler-Raketen. Es hieß ja, das Potenzial sei eigentlich erschöpft. Und dann wurden nochmal, ich glaube, etwas über 1500 Raketen zusätzlich geliefert. Also es geht dann ja, wenn der Druck nur hoch genug ist. Aber man hat bei Frau Lambrecht eigentlich immer den Eindruck, sie reagiert. Sie kommt nicht in die Vorhand. Sie ist nicht die führende Kraft. Und wir müssen uns als Deutsche leider immer wieder von europäischen Partnern anhören, dass wir das Bremserland sind. Und wir sollten eigentlich, ehrlich gesagt, auch gerade mit Blick auf unsere Geschichte, das Land sein, das die Ukraine federführend unterstützt. Widersprich mir, wenn du es anders siehst. Aber es gibt ja nun auch Mutmaßungen, die sagen, gut, wir liefern das Ganze nicht, weil wir gar nicht können. Weil eigentlich unsere Bundeswehr auch so desolat ist, unsere Panzer, unsere Maschinengewehre. Das funktioniert alles gar nicht. Das ist eh schon eingerostet. Das können wir gar nicht rüberschicken. Glaubst du, das ist auch mit ein Grund? Nun ist es ja so, dass zum Glück nicht nur die Bundeswehr oder wir Waffen von der Bundeswehr nehmen müssen. Deutschland ist ja als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt auch einer der größten Waffenhersteller. Beziehungsweise in diesem Land gibt es sehr große Waffenhersteller. Und Deutschland ist ein großer, großer Waffenexporteur. Das heißt, hier werden viele Waffen hergestellt. Und was wir hören, ist ja sehr interessant. Während es bei Frau Lambrecht zum Teil Wochen dauert, bis es die Freigabe gibt, Waffen zu liefern, geht es offenbar bei Wirtschaftsminister Robert Habeck viel, viel schneller. Denn dort müssen ja Waffen, die exportiert werden, dann auch genehmigt werden. Das funktioniert viel schneller. Und da sieht man schon... Wie erklärst du dir das? Naja, das hat sicherlich auch mit bürokratischen Vorläufen etwas zu tun. Das ist ganz klar. Und die Waffen, die dann hergestellt werden aus der Industrie, da gibt es möglicherweise ganz andere Prozesse. Das läuft schneller als bei der Bundeswehr. Aber am Ende, glaube ich, ist es nicht falsch, wenn man sagt, da gibt es einen Willen, und zwar bei Robert Habeck, die Ukraine zu unterstützen. Wir erinnern uns, vor knapp einem Jahr hat Robert Habeck ja auch gesagt, man müsse Defensivwaffen an die Ukraine liefern. Das war noch im Wahlkampf. Dafür ist er massiv gescheuten worden. Ich glaube, zu Unrecht. Und wenn man das heute anschaut, dann hatte er recht. Also, er hatte immer schon den Drang, zumindest in den letzten neun bis zehn Monaten, die Ukraine zu unterstützen mit Waffen. Das kann man bisher von Frau Lambrecht nicht unbedingt sagen. Lass uns noch mal kurz auf Butcher gucken, diese schrecklichen Bilder, die ja auch dich erreicht haben. Olaf Scholz hat gestern weitere Sanktionen angekündigt. Jetzt warten wir den ganzen Tag darauf, dass was passiert. Was könnte denn eine weitere Sanktion sein? Es gibt auf jeden Fall zurzeit noch mal einen großen Abstimmungsprozess zwischen den europäischen Partnern. Ganz klar ist, dass Deutschland hier nicht alleine voranschreiten kann. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben ja gestern auch gesagt, dass es noch weitere Sanktionen geben muss. Und die große Frage ist ja, steht am Ende dann eine Sanktion, die die Bundesbürger und auch die Wirtschaft durchaus hart treffen würde, nämlich dann wirklich ein Öl- und ein Gasembargo. Was anderes würde uns doch gar nicht mehr übrig bleiben eigentlich, weil alle anderen Sanktionen müssten wir doch zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich ausgeschöpft haben. Wenn wir das nicht hätten, wäre das ja nun auch ein Skandal. Es gibt noch ein paar Banken, die beispielsweise auch weiter in dem sogenannten SWIFT-Abkommen dabei sind, also von Sanktionen bisher nicht so belegt sind. Aber wenn man jetzt mal wirklich den, wenn man es so sagen darf, den großen Sanktionshammer rausholen möchte, und das muss man, glaube ich, nach den Bildern, die wir da auch gesehen haben aus Butscher, dann wird über kurz oder lang das Thema Öl- und Gasembargo und zwar dann endgültig auf der Tagesordnung stehen. Man fragt sich natürlich, warum hat man den Hammer noch nicht rausgeholt? Tag 40 des Krieges? Das ist eine berechtigte Frage, die kann man durchaus stellen. Die wird ja auch diskutiert, gibt ja auch Politiker wie Norbert Röttgen beispielsweise von der CDU, der schon seit Wochen sagt, lasst uns das Gas und das Öl oder den Import aus Russland sofort stoppen. Das ist möglich, weil wir mit mindestens 200 Millionen Euro täglich Putins Krieg indirekt an auch finanzieren, mehr oder weniger direkt indirekt. Und der sagt das schon länger. Und ich habe auch den Eindruck, dass in der Bundesregierung mittlerweile diesbezüglich ein Umdenken stattgefunden hat. Es geht stärker Richtung Öl- und Gasembargo. Andere Länder schaffen es ja auch. Dankeschön, Jan Schäfer. Dankeschön.